Ah, außen hat mich einer gepumpt. Der geht jetzt außen, der kommt oben rein. Ah, okay. Wow, das war jetzt gerade eine geile Szene. Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Blitzaufnahme, für die ich mich entschieden habe. Wir spielen Obliteration Battlefield 4 locker. Das Metro 2.0. Und wir warten ja schon gespannt auf das... Genau wir, Moment mal, der wäre ja Karten, spielt ja noch gut. Was wir vollkommen unterschlagen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Warum? Und Karten wurde gleich. LVG? Ich kann auch geschnitten. Ich weiß es nicht, du bist grenadiert. Du bist grenadiert. Du bist grenadiert. Ich hab die nicht mal gut gesehen. Da stand übrigens M-Tar dran, was überhaupt nicht stimmen kann, weil ich hab genau gesehen, dass es eine Granate war. Aber okay. Bubble Bug. Da ist zu. Wer ist tot auf jeden Fall? Battlefield wird ja von den meisten geliebt als Bugfield bezeichnet. Hup! Hab ich gerade gesehen. Da waren welche, ja. Aber meine Claymore konnte ich wenigstens noch so da hinten tun. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das Geschreie, für das Gefluche, das ich jetzt bald haben werde. Dass der höchstwahrscheinlich kommt, weil immer wenn ich Battlefield spiele, ist das Fluchen... Ähm... Gekommiert? Ja. Ständig dabei. Fluchen Battlefield ist die Hand in Hand. Okay. Und bist frei. Ich muss nach Vorfall. Sonst kann ich mich so vergessen. Oh, durchzugehen. Toll, das ist hier. Ich werde gespielt. Wir haben jetzt hier gerade schon zwei Runden gespielt. Das ist Locker Only im Wechsel mit Conquest. Und ja, das ist fast schon Witz. Lächerlich. Weil, ihr seht's, hier kommen nur Granaten angeflogen. LVG und Granaten. Und ich kann auch mal Granate schmeißen. So. Hier brennt... Wurf doch mal der LVG. In der LVG werfen. Ja, das geht drauf. Ja, die Formelung war Absicht. Achso. Wenn du das sagst. Ich dachte schon, ich glaubst du das gehört. Boah. Wo war das unten ist frei? Unten war frei. Aber, äh, ich weiß nicht, jetzt trauen sie es irgendwie nicht. Doch, doch, ist frei. Ist frei. Lauf, lauf. Hallo, Seema traut noch. Gehen wir mal über das Treppenhaus. Schauen wir mal, was so groß ist. Wow, hier sieht es anscheinend nach Party aus. Party, los. Oh. Leer ist er da? Was ist das? Äh, da landet grad ne LVG. Von hinten. Einen hab ich. Was gibt's doch nicht. Ich bin hinter den feindlichen Linien, falls jemand Lust hat. Ich komm gleich. Oh, warte mal, wir können ja... Haha, ich hab ne Idee. Ich glaub, ich geh mal Mörser messern. Ich schäume dich. Ich mach mit dem Deckel. Gehen wir doch mal ein bisschen Mörser messern. Das, das passt jetzt zur Aufnahme. Ha, Gegner eliminiert. Claymore. So, dann schauen wir doch mal, ob's hier irgendwo jemanden gibt, der Lust hat. Rechtsrum sind mehrere Mörser. Ja, die Mörser hab ich gesehen. Wir müssen gucken, wo die... Spiele dazu liegen. Die müssen hier nur aufpassen, weil die ja hier... Aber warte mal, hier liegt einer. Und... Gemessert. So. Ja. Heute ist nicht so Mörser. Ich glaub, ich glaub, das hilft unseren Leuten ganz schön, wenn wir das hier drüben. Ich geh mal wieder ein Stück zurück. So. Ich glaub, wir haben jetzt jetzt nämlich sämtliche Mörser hier noch einen Kicker weggemacht. Immer mal so ab und zu eine Clamer aufstellen. So. Ich schau mal, darfst du mich jetzt hier eine Weile hin? Ja, ich... Genau, ich schau auch mal, ob hier... Ob hier irgendwas wächst. Oh, mein Lese aus. Was wächst? Ob hier irgendwas wächst. So ein Bewegungsmelder wäre jetzt nicht cool. Der Merken aber. Da ist grad was gespawnt. Den musste ich jetzt grad umbringen, weil... Der sucht mich jetzt. Der findet mich jetzt am Gestackleid. Geh mal noch ein Stück zurück. Na, der versteck mich mal noch. Ich glaub, das war nicht so spannend. Hallo, Garten. Hallo, Lachs. Na, du? Wir sollten eigentlich nicht zu zweit rumlaufen. Stimmt, weil wenn wir beide geklärt werden, ist das... Was? 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 Was ist das Messer? Ah, es steht hier im Mörser. Was los soll ich? Äh, wir können beide auf Jagd gehen von mir aus. Weil ich geh von der anderen Seite. So können wir mal... So können wir mal unsere Messerkills ein bisschen hochbringen. Oh, warte mal. Mal schauen, ob ich den krieg. Warte. Warte mal, ich könnte mal selber hier hinten einen Mörser aufstellen. Oh, das mal. So, der eine wird mich dazu führen. Na, den treff ich, glaub ich, nicht. Ne, den treff ich nicht. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Der Mörser-Messerer? Nein, nein, hinter den feindlichen Wiener. Ist das nicht ein Kieler? Ja, irgendwie sowas schon. Da war mal was. Da ist wieder ein Mörser. Der stellt sich direkt her hin. Wie blöd. Hallo, na du. Surrender. Surrender. Snark, bist du kaputt? Sag aber. Alter. Wie schwer die Ausrüstung teilweise kaputt geht. Das stimmt. Voll unrealistisch. Ja, ich finde, ich finde das irgendwie besser als das Rote. Ja, aber ich habe das Grüne noch nicht. Achso. Ja, ich habe mittlerweile für die M4, habe ich alle schon freigespielt, wo? Super. Jetzt müsste er auch noch schießen. Jetzt muss gerade einer bei mir spawnen und auch mal schießen. Das ist unsere Deckung auf dem Trottel. Okay, wir verlieren das wahrscheinlich, aber... Achso, das haben wir ja die vorherigen drei Runden auch. Bestimmt. Darum geht es gerade nicht. Es geht gerade um... Achso, ich habe einen feindlichen DMG-Schützen. Nein. Da war jemand. Aufpassen, ich habe einen feindlichen DMG-Schützen gesichtet. Over. Mal den Sniper da oben wieder ein bisschen ärgern. Das ist nochmal ganz lustig, wenn plötzlich jemand von hinten schießt. Das sind sie immer für Leute, Kai. Ja, ja. Vor allem, dann siehst du immer, wie der da liegt, gell? Und dann siehst du und dreht. Oh, da ist gerade was in meine Claymore gelaufen. Ich glaube, die kommen durch den Gang. Bei dir. Einen habe ich. Fuck, ich kann nicht zwei Seiten auf einmal gucken. Boah. Alter Schwede. Was denn? Äh. Ich habe ein großer von hinten. Ich habe beide. Gut, danke. Ah, halt! Da kommt noch einer. Durchs Tor. So, nein, einen habe ich. Unter mir ist noch einer. Werde. Nix, 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 nix. Ich bin mit kleinen Dank. Okay, ich ziehe mich rück und verstecke mich. Du ziehst die Rücke und versteckst dich. Das ist eine gute Idee. Boah, ich nehme mich auf. Ja, wir sind jetzt mal so gemein. Nein, scheiße. Äh, vom großen Damm aus. Ah, verdammt. Ah, Schwein gehabt. Nein, noch einer. Nein, nein, verdammt. Ich wechsel, ich wechsel die Waffe hin und her wie ein blöder Sack. Wann gibt es das denn? Scheiße. Ich muss weg hier. Gott. Nein. Verdammt. Das gibt es doch nicht. 27 Gesundheit hat die Sauna. Oh, ich habe jetzt gerade mir ein blöder die Waffe hin und her gewechselt, weil ich nämlich nicht zwischen MG4 und Pistole entscheiden konnte. Sehr schön. Entschuldigung. Oh, sie leben noch. Jawohl. So, schnell Versteckung. Schnell Versteckung. Warte, für eine KD gerade. 13,3. Ich werde schon jetzt ins Rock geschrieben, Gott sei Dank, weil du hast mir auch die Angebung gehört, dich alle zu schreiben. Ja, ja, das ist dann schon Absicht eigentlich. Oh, der hat ein Spawn-Weekend aufgestellt. Wie geil. Nice. Okay, ich gehe nochmal außen rum. Gucken, ob ich außen nochmal was filmen. Ah, außen hat mich leider geguckt. Der geht jetzt außen, der kommt oben rein. Ah, okay. Wow, das war jetzt gerade eine geile Szene. Ich glaube, die nehme ich fürs Intro. Ich müsste ja eigentlich nochmal so ein Intro schneiden, wie du hast. So, so eine Art. Aber ich glaube, ich mache das eher allgemein. Ich bin mal extra woanders bei euch. Lass uns nicht, wenn du es mal rein. Wenn du es hier so ein bisschen aufteilt. Und man uns nicht alle auf einmal findet. Bei dir hinter... Links... Ja, ja. Ja, ich weiß. Hast du das sehen? Ja, Gott. Der ist weg. Bei B sind zwei. Bei B sind zwei. Einen habe ich. Warte, den anderen kriege ich, wenn er sich nicht umdreht. Doch, er hat sich umdreht. Aber ich habe ihn... Oh, du Arsch! Killklauer. Der hat sich gerade weggegert. Ola, ola. Killklauer, du. So, wie immer ein paar Klemmer auslegen. Da kommt keiner. Ah, geradeaus, geradeaus. Achtung. Bei B sind sie jetzt. Zwei Stück. Ich umgehe sie. Hey, ich bin Erster, obwohl ich nicht am Spielgeschehen teilnehme. Das ist doch mal... Äh, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier bei der... Hä? Wo sind wir? Oh, fuck. Dings. Ach, schade. Lebt noch irgendwer von uns? Weil ich habe keinen Field-Upgrade. Oh ja, Kaden, versteck dich. Warte. Ich bin der Letzte. Ich verstecke mich mal kurz. Ach komm, ich habe da auf den Geschossen, den Blöder. Was toll denn das? Versteck mich so relativ. Die Runde müsste gleich vorbei sein, oder? Sieben Minuten, ja. In der Küche, in der Küche, in der Küche, in der Küche, in der Küche. Ah, scheiße, ich habe mich gekriegt. Dann werde ich mal ganz spontan den Zug ziehen. Ja, aber renn weiter. Komm, sind sie auf den Fersen, oder wie? Ja. Oh. Erstmal alles vermint. Oh, irgendwo ist gerade einer rein... Keine Ahnung, was da gerade explodiert ist. Komm, wir kommen gerade langsam hinterher. Oh, da sind noch welche, ja. Ich muss Munition auffüllen, verdammt. Versuch mal von hinten zu gehen. Der wird sich jetzt geärgert haben, weil ich habe zwei hintereinander gesetzt. Das hat die eine hat nämlich gut gemacht, die andere hat ihn getötet. Ganz verdammt. Wir sind hinten. Fuck. Föck. Ah, Gott, vor der Hund hat er getroffen. Schlecht. Das ist nicht gelassen. Platz hinter dir. Rechts im Gang. Ja, ja, da weiß ich. Ich warte nur gerade auf Granaten. Und die Katze spielt gerade auf meinem Stuhl. Fuck. Ah, nein. Schade, schade. Und es ist 12 Uhr. Nee, Quatsch. 11 Uhr, wie man es vielleicht am Klingeln hört. Nein. Ah, ist 12,50. Das ist schon mal. Das ist geil. Vorhin, hier. Warte, wenn der 200 ist, kommen wir hier, oder? Ja, warte. Die hole ich mir. Einen habe ich. Oh, Servicestar. Oh, noch einer. Ich wurde befördert. Geil. Stirb. Noch einer. Renne meine Claymore. Renne meine Claymore. Renne meine Claymore. Och, Mann. Ihr seid langweilig. Renne meine Claymore. Da ist noch eine. Komm, komm, komm. Gott zum Glück ist noch eine hier draußen. Schade. Oh, nein. Oh, geil. Goldpatt. Ah, scheiße. Ah, jetzt geht's. Ah, stimmt. Hier brennt ja. Da war noch ein Fass. Der hat ein Fass aufgemacht. Da hat er uns. Oh, Teambeschuss. Der hat mich... Mein Kumpel hat mich gekillt. Mein Kumpel hat mich gekillt. Scheiße, ich bin falsch gespawst. Nein, damit. Ah, ist noch ein Gremstel. Ich geh mal zurück. Ich guck mal, ich bin gerade das Gleiche, und wir bei uns. Äh, hier bei denen. Kein, scheiße auch. Ich bin nicht. Ich brauche, ich hasse es. Ich bin draußen reinzugehen. Ah, jetzt haben sie uns. Schade. Ja, leider, leider. Ach, okay. Ja, dann müssen wir wohl helfen, ne? Wow, ich wurde gerade... Was war das denn jetzt? Hä? Ich bin gerade gespawnt und wurde gleich gekillt. Schön. Und ich bin bei einem gespawnt, der anscheinend gerade gemessert wurde. Aber guck mal, wo unser Team wieder ist. Könnten eigentlich... Könnten einfallen, ist da nicht wieder einfallen. Sag mal, wie viel hält der aus? Fünf, Hoppy! Ich patze da mit dem MG4 in den rein und das interessiert den nicht. Wo ist denn der? Äh, wo ist denn der? Hä? Da ist gerade der Glanchen. Von mir wohl ist der Betrug. Ich weiß nicht, von wem ich getötet habe. Oh, wo wurde. Schade. Lverblühen. So schaut's bei mir aus. Okay. Äh, es sind ja nur zwei Minuten, ist gleich durch. Ey, 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 was ist denn das, ey? Dieses Barrape mit dem Arschlöcher, Entschuldigung. Äh, okay, das muss ich ausschützen, ne? Wow. Was soll denn das? Weh, du schießt jetzt, dann töd ich dich. So, jetzt aber drauf. Äh. Nein! Bug. Was ist das denn jetzt? Äh. Okay. Ich hatte gerade ein letztes schönes Bild unter der Map, weil ich bei meinem Kumpel gespawnt bin. Naja, anscheinend sterbe ich gerade und das war's auch für dieses Mal. Toll, ich hab jetzt gerade noch diese Kehre sofort ins Gebiet zurück. Bla, bla, Musik. Genau, und, äh, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen was haben wir gekriegt. Ein Schalldämpfer für die Püstel, ein MG-Service da, befördert. Oh, ich muss das Battlepack gleich noch aufmachen. Und darum erstmal Tschüss und auf Wiedersehen.